Uttanottanasana ist die Wieder- und Wiederaufstehübung. Man könnte auch sagen, das Hinsetzen, Wiederaufsetzen. Man könnte auch sagen, es ist die tiefe Kniebeuge mit Fußsohlen flach am Boden. Diese Stellung wird beschrieben im Shri Tattva Nidhi im 106. Vers. Shri Tattva Nidhi ist eine Abhandlung aus dem 19. Jahrhundert und beschreibt die 80 Hauptasanas. Hier wird gesagt, setze dich hin und stehe wieder und wieder auf. Das ist die Uttanottanasana, die immer wieder Aufstehstellung. Diese Stellung wird auch beschrieben in Hattabjasapadati im Vers 82. Hattabjasapadati wird manchmal gesagt, ist ein Text aus dem 17. Jahrhundert geschrieben von Kapala Kuruntaka. Aber manche sagen, auch dieser Text stammt eher aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Die Stellung ist anstrengender, als es aussieht. Ganz nach unten und ganz nach oben zu kommen, fordert hohe Kraft in Oberschenkel und Gesäß. Übrigens, in den 80er und 90er Jahren wurde gesagt, dass die tiefen Kniebeugen nicht so gut seien für die Knie. Die tiefen Kniebeugen gelten aber als rehabilitiert. Sie machen, solange sie sich gut anfühlen, nichts mit den Knien, was schlecht ist. Sie machen aber viel Gutes für die Stärkung von Oberschenkel und Gesäß, sowie auch für die stabilisierenden Muskeln im Waden und auch im Rücken. Und dann, wenn man sich die Kniebeugen nicht so gut anfühlen kann,